Ich wurde damals selbst betrogen und bin aber auch nie dahinter gekommen am Anfang und habe dann meinem damaligen Partner hinterher spioniert. Also ich bin ihm wirklich gefolgt und habe in sein Handy geschaut. Und ich hätte mir damals eigentlich, weil es doch über sehr lange Zeit ging, das Ganze, bis ich überhaupt irgendwas in der Hand halten konnte, gerne von außerhalb Hilfe gewünscht. Und da gab es aber leider niemanden, der irgendwas angeboten hat. Und dann habe ich gedacht, mir kann es ja nicht allein so ergehen mit der Frage, ob mein Partner treu ist oder nicht. Und habe dann die Agentur gegründet. Ich würde sagen in erster Linie, dass man mit dem Partner darüber sprechen sollte. Also seine Ängste mitteilen, weil es ist ja doch irgendwie mit einer Angst verbunden. Ja und einfach mal den konkreten Verdacht ansprechen. Und das Gespräch suchen. Entweder man hat das Gefühl, dass der Partner da wirklich ehrlich ist und entweder das zugibt oder eben sagt, nein, das ist nicht an dem, was du denkst. Da muss man halt schauen, ob man selbst das Gefühl hat, dass der Partner lügt oder nicht. Und wenn man halt das Gefühl haben sollte, dass er da doch nicht so ehrlich ist, dann kann man halt doch mal weitergehen und vielleicht um das anderes rauszubekommen. Also wir bieten verschiedene Treuertests an, vom SMS-Test, Telefontest, Mail-Test-Test bis hin zu persönlichen Treffen. Wir bieten auch Laboruntersuchungen an. Das empfiehlt sich aber eher, wenn man ein Mann ist und eine Frau testen lassen möchte. Also es sind nicht nur, uns fragen nicht nur Frauen an, sondern auch Männer. Naja, ich würde zwar sagen, es sind mehr Frauen, die nach einem Test fragen. Ich würde sagen, 80 Prozent. Und 20 Prozent fragen aber auch Männer die Tests an. Ja, also es gibt Anfragen, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand möchte, dass als Beweis wirklich das Letzte erbracht wird, also quasi Geschlechtsverkehr, also das machen wir überhaupt nicht so. Dann auch, wenn Kunden zu sehr versteift sind auf eine bestimmte Vorgehensweise und ich da das Gefühl habe, dass wir überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr haben in Wirklichkeit, sondern dass es quasi wirklich nach der Geschichte ganz konkret, so wie der Kunde sich das vorstellt, ablaufen soll. Und das geht aber manchmal nicht, weil wir sind auch nur Menschen alle und die Testperson ja auch. Da kann man das ja gar nicht vorhersehen, ob das wirklich so klappt. Sowas lehne ich dann ab. Oder auch, es gab mal eine Dame, die hat gefragt, ob eine Testerin ihren Mann nackt in der Sauna ansprechen kann. Ich bin gerade in der Sauna, das ist jetzt schon sehr intim. Also ich weiß nicht, wer da irgendjemand anspricht. Könntest du das vielleicht nur kurz anfassen? Ja, also es fängt so an, wie ich überhaupt dazu komme, eine Treue-Testerin zu werden. Also mein eigenes Schicksal wird da so ein bisschen näher gebracht, sage ich mal. Auch ich als Person, was mir da quasi passiert ist. Dann kommen ganz viele Geschichten quasi, wo ich aus dem Nähkästchen plaudere. Also verschiedene Fälle, um auch einfach zu zeigen, dass man mit der Frage ist, mein Partner treu oder nicht. Eben wirklich nicht allein ist. Also das kann jeden mal so ergehen. Und dass halt jeder irgendwie da so sein Päckchen hat. Und dass man manchmal, weil die Fälle, die natürlich im Buch sind, die sind halt schon extremere Beispiele. Dass es immer irgendwie schlimmere Fälle gibt, sage ich mal, als das eigene, was man da vielleicht zu Hause hat, bei der Partner vielleicht nochmal eine Nachricht schreibt oder so. Also die Fälle im Buch sind halt schon sehr extrem, sage ich mal, zum Teil.